Ich bin ja hier 400 Kilometer auf Anreise gewesen. Die letzten 40 Kilometer zum Hotel waren dann Landstraße. Natürlich sieht man da einiges. Ich habe mich die ganze Zeit, oder die letzte halbe, dreiviertel Stunde, habe mich gefragt, für was ich eigentlich Solidaritätszuschlag noch bezahle. Viel verändert hat sie da nicht. Teilweise.